Ja und so, da haben wir jetzt einen schönen großen Glas-Output und das Glas, meine lieben Freunde, soll ja verarbeitet werden zu Stufe 2 Fahrzeugteilen. Haben wir irgendwelche Engpässe? Wir haben Kohle als Engpass gerade. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Captain of Industry im neuen Update 2, meine lieben Freunde. Geht es voran mit großen Schritten? Ich habe mal wieder ein kleines bisschen was Offscreen erledigt und zwar habe ich mal jetzt dafür gesorgt, dass wir ein paar Straßenverbindungen jetzt tatsächlich am Start haben. Wir haben jetzt hier schon eine ziemlich große Fläche in unseren Anlagen ausgekleidet mit den Betonplatten und das ist ja jetzt wie gesagt eins der neuen Features im neuen Update, dass man Betonplatten auslegen kann. Ich wurde übrigens auch noch darüber aufgeklärt, dass es wohl so sein soll, dass in einem der kommenden Updates, das auch dieses Jahr noch kommen soll, unter anderem auch richtige Straßen nachgeliefert werden sollen im Spiel noch. Also das ist jetzt hier aktuell noch nicht ein wirkliches Straßensystem. Also warum machen wir das eigentlich, diesen Aufwand mit diesen Platten? Momentan ist es so, wenn die Fahrzeuge über diese Flächen fahren, dann wird die Wartung, der Wartungsaufwand bei den Fahrzeugen um 20% reduziert. Und zwar ist das bei allen von diesen Flächen der gleiche Wert, also auch bei den Metallböden ist es 20%, ja, auch bei den Steinflächen oder bei den Pflastersteinen ist es auch minus 20%. Das heißt, damit können wir unseren Wartungsaufwand, wenn die sich entsprechend lange und dauerhaft über diese Flächen bewegen, können wir den Wartungsaufwand für die Fahrzeuge deutlich reduzieren. Da wird gefragt, ob die dann auch schneller wären. Nee, tatsächlich nicht. Es gibt nur einen Wartungsbonus. Es gibt keinen Geschwindigkeitsbonus. Meine Vermutung ist, dass man sich den Geschwindigkeitsbonus für die richtigen Straßen dann aufheben wird wahrscheinlich, die dann irgendwie noch kommen sollen. Also es gibt ja so Wünsche von der Community auch, die auch umgesetzt werden sollen. Und ich nehme mal an, ein richtiges Straßensystem sollte dafür sorgen eigentlich, dass dann die Geschwindigkeit auch steigt. Nee, die Geschwindigkeit steigt aktuell tatsächlich nicht. Also man sieht es auch, wenn man jetzt guckt, wenn die Fahrzeuge von der Erdfläche auf die normale Fläche fahren, dann gibt es keinen Geschwindigkeitsschub. Die fahren immer gleich schnell. Also das sieht man auch visuell einfach. Und das ist halt so der Punkt. Also es ist momentan, es steht ja auch dabei, es steht ja nicht dabei, dass die schneller werden. Es steht ja nur dabei, dass die Wartung sinkt. Warum sollte sie schneller werden, wenn das hier nicht mit dabei steht? Das macht ja auch keinen Sinn, ja. Also insofern, ja, nee, da gibt es keinen Geschwindigkeitsbonus, definitiv. Genau, nee, das habe ich gemacht. Und ihr seht auch, dass ich einige der Aufschüttungen jetzt auch schon erledigt habe. Hier können wir jetzt tatsächlich diese Insel hier erschließen. Ja, also wir können da jetzt Dinge tun. Wir können hier zum Beispiel das Kupfer abbauen, wenn wir da jetzt rankommen. Hier hinten war auch noch eine Wasserquelle, die wir theoretisch auch noch anzapfen könnten jetzt. Was gar nicht so uninteressant ist. Weil Wasser, seht ihr nämlich gerade, es ist schon wieder ein ganz schöner Engpass momentan. Der Bedarf ist aktuell noch gedeckt. Aber ich glaube, wir haben aktuell keinen richtigen Überschuss. Wir sind gerade so mehr oder weniger plus minus null, was die Landwirtschaft angeht. Ja, wobei, ja, sogar gerade so, so, ne. Also wenn es gerade regnet, dann wird es halt wieder aufgefüllt. Aber wir haben halt keine Reserven. Insofern wäre es wahrscheinlich schon schlau, auf der anderen Seite diese Wasserquelle noch zu erschließen. Wir haben ja hier diese Wasserquelle schon erschlossen. Aber mehr als zwei Pumpen will ich jetzt auch nicht unbedingt an eine Wasserquelle dranhängen. Weil das immer auch dazu führt am Ende, dass dann irgendwann diese Wasserquelle leer gepumpt ist. Und dann fehlt uns das Wasser. Und dann das Wasser zu ersetzen, was dann fehlt, das wird dann entsprechend schwierig. Wir haben gerade ein kleines Problem mit Treibstoff, sehe ich gerade. Woran liegt das? Wir haben offensichtlich hier ein kleines Problem mit Sauerwasser. Aha, warum haben wir, genau, den Sauerwasserstripper, den habe ich jetzt auch schon. Ah, ich sehe warum, ich sehe warum. Ich habe es verstanden, ich habe es verstanden. Wir haben aktuell noch keine Verarbeitung für Schwefel. Das habe ich aktuell nur gelagert, das Zeug. Deswegen müssen wir hier tatsächlich nochmal ein Lager dahinter stellen. Damit der Sauerwasserstripper weiter arbeiten kann. Genau, wie habe ich das hier gemacht? Ich habe natürlich erstmal den Sauerwasserstripper erforscht. Das saure Wasser, was hier aus der Raffinerie kommt, habe ich in den Sauerwasserstripper geleitet. Das Ammoniak wird aktuell noch verfackelt, weil wir dafür einfach momentan keinen Nutzen haben. Das würde ich auch eigentlich nur einlagern, wenn überhaupt. Ja, das Nutzwasser, also das recycelte Wasser, wird natürlich dann in unseren Wasserkreislauf geleitet entsprechend. Was ja eigentlich ganz praktisch ist. Und genau, dann haben wir hier natürlich den Schwefel, der momentan auch noch eingelagert wird. Da kommt aber jetzt nicht so viel. Das sind ja nur zwölf pro Minute. Das ist, naja, da muss man natürlich ab und zu mal ein bisschen ein Auge drauf haben. Ja, da muss ich zum Beispiel hier mal eine Warnung machen. Und zum Beispiel, dass er mir meldet, wenn das Ding hier hinten voll ist. Ja, dass ich dann hier vorne nochmal einen dran baue sozusagen. Müssen wir halt mal gucken. Weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht mehr so genau, was man mit Schwefel nochmal gemacht hat. Da müsste ich nochmal nachgucken. Säure, genau. Säure hat man da draus gemacht. Mit Wasser zusammen, genau. Ich erinnere mich. Können wir die schon machen? Ich glaube, die können wir schon machen. Die müssen wir, glaube ich, auch machen jetzt. Ja, ja, doch, doch. Ich glaube, die müssen wir auch machen, weil irgendwas anderes wollte ich jetzt auch noch angehen. Glasproduktion, genau. Ja, 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 genau. Ich glaube, dafür brauchen wir das auch. Tatsächlich. Ich muss nochmal gucken, genau. Warte mal, Glasproduktion. Das war recht aufwendig, weil wir ja dieses Mischglas herstellen müssen. Und Mischglas war, glaube ich, mit Säure, wenn mich nicht alles zeug. Geschmolzenes Glas, Mischglas. Ja, ja, genau. Mit Säure kommt mehr Mischglas raus. Ist jetzt halt die Frage. Brauchen wir 48 Mischglas für die einfache Glasschmelze? 24. Wäre schon gut, weil dann könnten wir zwei davon betreiben direkt. Wäre schon nicht verkehrt. Weil Glas brauchen wir halt für die Fahrzeuge der Stufe 2, also die großen. Und auch für die Fahrzeugteile hier vor allem. Genau, um die Zweierteile herzustellen. Und das ist ein wichtiger Schritt, weil wir müssen jetzt die Fahrzeuge mal durch effizientere Fahrzeuge auch ersetzen tatsächlich. Das heißt, wir können gleich eigentlich dazu übergehen, Säure zu produzieren. My dear friends. Mischer machen wir da. Mischer impossible. So, und da würde ich sagen, mach mal. Wie viel Wasser kommt denn da raus beim Sauerwasserstripper? Da kommen 21 raus. Wir brauchen wie viel Wasser für die Säure? 30. Okay. Da wäre es natürlich schlau, wenn wir das, was aus dem Sauerwasserstripper rauskommt, gleich nehmen würden eigentlich. Dann kann ich das ja hier eigentlich abknippern. Und dann nochmal so ein bisschen quer subventionieren durch ein richtiges Wasser. Wasserpumpenquelle sozusagen. Machen wir das mal so. Und dann legen wir mal hier den Schwefel schon mal rein. Dann kann der schon mal nicht so voll... Ah, guck mal. Hier ist ja... Warte mal. Dieses Rohr hier, das muss ich mal wegmachen. Beziehungsweise... Das legen wir mal so ein bisschen hoch hier. Hey, jetzt geht's wieder los. Die Spaghetti, es gehen wieder los. Es fängt wieder an. Es wird wieder spaghettisiert. Mach mal auch gleich ein Stufe-2-Rohr draus hier. Stufe-2-Rohr-Beeren. So, hier, guck mal. Und dann tingeln wir das jetzt einfach unten drunter durch. Hervorragend. Und dann wählen wir hier schon... Können wir das schon mal schnell bauen. Und hier wählen wir... Salz stimmt. Salz brauchen wir ja auch noch. Ne, Moment, halt, stopp. Du musst erst Säure herstellen, Spiel. Wäre nicht so... So passt das, genau. Hervorragend. Erst Säure und dann Mischglas. Ich werde schon wieder den zweiten Schritt vorm ersten machen. Moment. Jetzt müssen wir mal das hier mal wegmachen. Weil das ist, glaube ich, das Output-Rohr. Ja, genau. Das ist das Output-Rohr vom Wasser. So. Und da müssen wir natürlich dann das so machen. Dass wir... Ja, machen wir mal so eine Überschuss-Geschichte draus. Das würde ich sagen. Hänge das mal da dran. Und hänge das mal da dran. So. Genau. Mach das mal so. Und dann hängen wir noch eine normale Wasserleitung noch mit dran. Also von hier. Mischwor. Und sagen, er möge doch bitte das Sauerwasser präferieren. Dass halt aus dem... Also das recycelte Wasser, was aus dem Sauerwasser-Stripper kommt, soll er präferieren. Beim Input, genau. Weil dann kann er nämlich... Genau. Priorität ein. Dann kann das nämlich prioritär verwendet werden. Und dann müssen wir nicht so viel von dem normalen Wasser verwenden. Genau. Von dem Wasser, was halt aus anderen Quellen kommt. Denn das wollen wir ja tendenziell nicht so verschwenden. Nicht wahr. Und da war schon die erste Säure. Nicht schlecht. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Was war jetzt nochmal wichtig für... Mischglas. Für Mischglas. Genau. Salz brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen entsalzen. Und wir brauchen Kalkstein auch noch. Meine Güte, so viel. Und Sand auch noch. Also das heißt, wir müssen auch gleich direkt nochmal einen Bagger bauen. Einen Bagger mit einer Abraumzone. Weil wir müssen ja dann hier den Sand abbauen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Welcher Sand ist denn am besten geeignet eigentlich? Der hier wäre am nächsten dran. Da ist aber anscheinend nicht so ganz so viel drin, wie es aussieht. Der wäre aber genau nebenan eigentlich. Ansonsten so wahnsinnig viel Sand gibt es jetzt hier auch nicht. Hier ist ein Sandstrand. Hier hinten ist Sand. Und hier an der Seite ist so ein bisschen der Sand auch. Aber das ist ein riesen Umweg. Der müsste dann hier langfahren. Da müssten wir erstmal hier alles schön reinbaggern. Damit da mal ein paar mehr Wege sind, die ein bisschen direkter sind. Also das heißt, wenn, dann würde ich eher hier dann direkt nebenan das Ganze abbaggern wollen. So, da bauen wir uns mal wieder einen Bagger und zwei LKW. Genau, genau. Und dann sagen wir mal, bau da mal gleich noch ein Minendings hin. Schwefel zu Gummi. Ja stimmt, Schwefel zu Gummi wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wir brauchen Schwefel erstmal für die Säure primär. Also ich glaube, Säure ist erstmal wichtiger als Gummi. Würde ich sagen. So, machen wir hier den Bergbauturm hin. Hoffentlich kommen jetzt hier auch die Fahrzeuge noch hin. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die kommen da gar nicht hin. Hier ist ja der Berg. Das ist natürlich nicht so schön. Da müsste man hier irgendwie noch eine Brücke reinbauen. Weil hier kommen sie nicht rum. Und hier kommen sie nicht rum. Okay, warte, bricht das nochmal ab kurz. Dann müssen wir es kurzfristig nochmal umplatzieren. Dann machen wir es jetzt erstmal hier. Weil hier ist nämlich eine Brücke. Da kommen sie nämlich hin. So, genau. So, was hier verkippt werden kann. Da machen wir mal alles raus erstmal. Würde ich sagen. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Können die da überhaupt hin navigieren? Ist der schon fertig jetzt, der Bagger? Ne, ist er nicht. Gib mir mal so ein LKW. Und mach mal das Navigationsdings an hier. Ah ja, die können hier reinfahren. Okay, gut. Da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Genau. Wie flach ist denn das hier? Okay, also wir sollten eher versuchen hier hinten zu graben. Und jetzt vielleicht nicht so nah am Wasser. Damit wir nicht irgendwelche Fluten auslösen hier. Das heißt, wo ist denn hier der tiefste, der tiefste Punkt? Der tiefste Punkt ist hier so. Ähm, ja. Dann mach hier erstmal, ebnet es erstmal ein. Würde ich sagen. Von dem Punkt aus. Und dann grab mal schon so ein bisschen nach unten. Genau, mach das mal so. Und dann tragen wir das Schicht für Schicht ab, würde ich sagen. Von hier so. Oder wir können auch eigentlich, wir können von hier anfangen vielleicht. Kann man das auf die Höhe nehmen irgendwie? Ne, von hier, genau. Hier ist die Höhe. Das ist Höhe 3. Guck mal. Genau, machen wir es mal lieber so. So ist besser. Dann graben wir hier in diesen Hügel rein. Und von hier gehen wir dann nach unten. Dann sind wir auch ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, das ist besser. Und dann machen wir hier einfach nach oben. Gehen wir nach oben, genau. Nicht, dass wir hier irgendwie jetzt einen Einbruch generieren. Bergbaugebiete befinden sich außerhalb. Tun sie das? Ah ja, tatsächlich. Ja, sehr. Machen wir es mal so, genau. Schön erstmal alles auf eine Höhe baggern. Der Bagger ist fertig, nice. Dann gleich mal zuweisen. Und am besten zwei LKW zuweisen. So, Sand müssen wir auch wieder filtern, meine lieben Freunde. Das bedeutet, wir sollten vielleicht diesen Sandfilter, weil Sand brauchen wir ja eh an verschiedenen Stellen. Den bauen wir jetzt einfach hier mit dazu, den Sandfilter. Weil da muss ja auch wieder, ne, Erde, Gestein und so, da muss ja alles wieder rausgefiltert werden. Dann machen wir das jetzt so. Den stellen wir hier hin. Machen wir mal schnell bauen und sagen, Sand, Erde, Gestein, genau. Damit die Sachen rausgefiltert werden. Und dann machen wir hier hinten schon mal einen Sandbehälter, wo dann entsprechend abgeholt werden kann, würde ich sagen. Können die da noch vorbeifahren, aber wir machen den mal dahin, direkt so daneben. So, genau. Und lassen das mal hier so über die Seite reinfädeln. Und da sagen wir gleich schon mal direkt Sand. Und wir machen den Import auf jeden Fall aus. Die Glasverarbeitung, die sollten wir auf jeden Fall hier machen, an der Stelle. Weil wir brauchen ja auch noch den Kalkstein. Der Kalkstein kommt ja von hier hinten. So, und das ist ja ein ziemlich weiter Weg. Ja, und damit das sich so ein bisschen wenigstens in der Mitte trifft, also damit die nicht immer den ganzen Weg hier bis ganz ans Ende fahren müssen, machen wir das jetzt mit der Verarbeitung hier. Ja, ich glaube, das ist am schlauesten. Für den Hochofen brauchen wir dann Kohle auf jeden Fall. Da muss ja das alles auch noch eingeschmolzen werden, das Mischglas und so. Das können wir ja dann auch gleich hier machen. Genau, und dann gibt mir mal hier den Output und nimm das mal nach oben. Nehmen Sie ihn nach oben und dann nimm den mal nach vorne. Die Ölquelle hier unten ist ja eh so gut wie leer eigentlich. So, genau. Warte, dann nimm das so ein bisschen nach hinten. Da hin. Genau, weil dann können wir vielleicht noch eine Anlage daneben stellen, wenn das irgendwann mal nötig sein sollte. Dann machen wir hier hinten jetzt erstmal Behälter. Einen für Kalkstein. Da sagen wir vollhalten. Und einen für Sand. Da sagen wir auch vollhalten. Nice. Und dann vetteln wir die mal gleich da hinten rein. Ja, ich muss nochmal jetzt kurz hier auswählen. Genau, Salz fehlt wie gesagt da noch. Das müssen wir dann noch an den Start bringen natürlich. So, dann machen wir das mal da rein. Und das machen wir da rein. Und die Entsalzung, die können wir ja eigentlich auch gleich hier nebendran machen. Da müssen wir mit Salinen arbeiten, meine lieben Freunde. Und mit Salzwasserpumpen. Das bedeutet, wir brauchen das hier. Und wir können am besten auch gleich die Meerwasserpumpe groß nehmen, würde ich sagen. Ja, übrigens habt ihr vielleicht auch gesehen, die Stromproduktion auch schon vergrößert. Wir sehen aber, hier kommt nicht mehr hier noch Wasser rein. Das ist ein bisschen beängstigend. Vielleicht sollten wir kurzfristig gesehen, jetzt werden wir ja gleich noch die Meerwasserentsalzung machen. Aber vielleicht sollten wir kurzfristig gesehen doch nochmal vielleicht eine weitere Pumpe installieren hier hinten. Weil sonst könnte es unter Umständen sein, dass das Wasser zu schnell versiegt. Sand wird abgebaut, das heißt Sand, genau, ist auch angekommen schon, hervorragend. Nice, so wollen wir das haben. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Wir brauchen also eine Meerwasserpumpe. Eine große Meerwasserpumpe nehmen wir da jetzt mal hier. Und das machen wir mal ein bisschen weiter hier vorne noch. Weil das muss ja nicht, ne, das machen wir mal hier so. Muss ja nicht direkt da in der Linie sein, weil dann können wir das vielleicht hier nach vorne noch ausbreiten ein bisschen. So, also Meerwasserpumpe brauchen wir. Jetzt muss ich nochmal gucken, Saline brauchen wir glaube ich auch. Hier genau, Sidesaline könnte man machen. Die braucht Strom. Wir könnten auch die normale Saline erstmal machen. Und wir haben den thermischen Entsalzer. Da würden wir Sohle bekommen. Und dann könnten wir die Sohle in der Saline zu Salz machen. Das wäre glaube ich der schlauere Weg. Also das heißt Sidesaline. Oder thermischer Entsalzer, genau. Da könnten wir auch Niederdruckdampf verwenden für die Entsalzer. Oh, da können wir den Niederdruckdampf verwenden, den wir momentan bei den Kraftwerken noch raushauen. Das ist ganz ausgezeichnet. Lass das mal machen gleich. Lass das mal gleich genau so machen, meine lieben Freunde. So, da machen wir das jetzt nämlich so, dass wir die so ein bisschen hier so längs aufstellen. Ja, dann weißt du Bescheid und so. Und dann machen wir hier gleich mal so ein Ding. Und wir bauen das schon mal schnell, genau. Machen schon mal Schnellbau hier, genau. Schnellbauweise. Dann kann das schon mal anlaufen so ein bisschen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier verdampfen wir ja momentan noch den Niederdruckdampf. Pass mal auf. Da machen wir jetzt folgendes. Wir machen mal einen großen Schornstein. Den können wir ja... Also Moment, hatten wir noch woanders Niederdruckdampf? Niederdruckdampf, beziehungsweise haben wir vielleicht... Es ist vielleicht besser, wenn man das... Warum steht das hier schon wieder still? Weil Sauerwasser schon wieder vollgelaufen ist. Warum ist es vollgelaufen? Ah, weil es Wasser vollgelaufen ist. Hä? Ah, okay, verstehe. Warte. Wenn das passiert, dann sollte idealerweise natürlich das Wasser auch woanders hin abgeleitet werden. Warte, dann machen wir das jetzt hier folgendermaßen. Sonst haben wir wieder keinen Treibstoff gleich. Äh, dann machen wir das jetzt so. Pass auf. Brauchen wir Wasser noch woanders? Ich weiß es gerade nicht. Bing! Wir haben keine Forschung. Ich muss gleich die Forschung nochmal anschmeißen. Wir machen es jetzt so. Wir leiten das hier zurück in die Hauptleitung. Sagen aber, die Priorität für dieses Wasser, also für den Einlass, soll auf jeden Fall die Produktion der Säure sein. Genau. Weil dann wird nämlich der Überschuss dann trotzdem abgeleitet. Wenn aber kein, äh, wenn aber Säure gebraucht wird, dann wird sie hier durchgeleitet, ja. Ansonsten, wenn keine, kein Wasser für Säure gebraucht wird, dann wird es hier durchgeleitet als Überschuss sozusagen. Hervorragend. Dann kommt wieder hier zurück in den Main, in den Mainstrang. Genau, so machen wir das. Hervorragend, ausgezeichnet. Jetzt muss ich gucken, jetzt habe ich wieder Fahnen verloren. Ich muss Forschung einstellen. Es sind wieder ganz viele Sachen gleichzeitig, meine lieben Freunde. Man muss wirklich hier hochgradig, äh, performen gerade. Nicht schlecht. Gärung können wir auch gleich mal erforschen noch. Ach, ah, nee, kann ich nicht. Warum? Weil Maisanbau fehlt. Ah, Mais fehlt uns noch. Stimmt, das Schiff upgraden müssen wir auch mal machen. Da müssen wir wieder eine Schiffsbrücke. Genau, die können wir upgraden. Lass das mal gleich auch machen. Fortsetzen, genau. Es ist zwar teuer, aber es sollte sich lohnen. Können sie gleich nebenbei laufen lassen. So, jetzt nochmal zurück zu dem Ding hier. Äh, wir haben hier, glaube ich, auch noch einen Überschuss an, an Dampf, wenn mich nicht alles täuscht. Weil wir produzieren ja hier, hier produzieren wir ja noch Dampf aus dem Schwerölrückstand zum Beispiel. Und ich glaube, da kommt eh zu viel raus. Da wird eh nicht alles benutzt aktuell. Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir nehmen jetzt mal einen Teil davon. Hier und zwacken das mal ab und leiten das mal hier rüber. Ja, von mir aus so da oben drüber, genau. Und leiten das mal hier zu unserer, zu unserer Entsalzungsanlage, zu unserer thermischen. Warte mal, leg das mal vielleicht doch ein kleines bisschen weiter hier lang. Diese Bäume stören halt so ein bisschen. Ich habe es leider ein bisschen verpennt, die Bäume wegzumachen. Die, die sind dann irgendwie da so in diesen Rohren eingeschlossen worden. Und dann kamen die Maschinen nicht mehr da ran, die das eigentlich wegmachen sollen. Hier die Baumerntemaschinen. Warte mal, ich sehe gerade, das ist immer noch zu weit drüben. Mach das mal so. So. Immer diese Bäume, ja. Immer dieses Grünzeug, was immer im Weg ist. Ey, fürchtbar, ich sag's euch. So, pass auf, da machst du das jetzt so. So. Ja, von mir aus machst du so, genau. So, das müsste dann eigentlich passen. Dann können wir nämlich das Rezept hier auswählen. Ne, warte, Moment. Wir können das Rezept auswählen. Genau. Dann kommt Sohle raus und Frischwasser. Frischwasser können wir direkt in die Hauptleitung wieder einführen, zurückführen. Das machen wir mal gleich. So. Die Hauptleitung ist ja da drüben gegenüber, genau. Ja, warte. Mach's erst mal oben drüber. Oder unten drunter, was weiß ich. Und dann zieh's mal hier hinten hin, genau. So. Das können wir nämlich da gleich reinlotsen mit. Dann haben wir auch gleich ein bisschen Frischwasser gewinnt. Das war ja gerade knapp geworden. Nicht schlecht. Und da sollten wir auf jeden Fall, würde ich sagen, nochmal eine Priorisierung machen. Denn wir wollen ja das Wasser aus der Entsalzung, das wollen wir ja primär verwenden. Wir wollen ja nicht das Wasser aus der Grundwasserquelle primär verwenden. Das ist ja endlich. Das Wasser aus der Entsalzung, das können wir ja immer weiter hochskalieren. Das ist ja eigentlich viel stabiler sozusagen. Ja, mach es rein. Na. Hat da wieder nicht richtig getroffen hier mit seinem Rohr. Unglaublich. Wenn das Rohr mal wieder nicht richtig trifft. Ich sag's euch. So machen wir das jetzt. Genau. Hervorragend. Das kannst du mal hier auch schnell beliefern. So. Und dann sagen wir nämlich, die Priorität ist das hier. Und nicht das, was von hier unten kommt. Solange immer entsalztes Wasser am Start ist, sollen die bitte doch lieber das entsalztes Wasser verwenden zum Einspeisen und nicht das Wasser aus den Grundwasserquellen. Genau. So. Jetzt haben wir natürlich einen Sohleüberschuss. Sohleüberschuss ist natürlich doof. Aber ja. Wir können jetzt ja die Salinen aufbauen. Saline, Saline. Die normale Saline. Wir nehmen jetzt mal die ohne Strom. So. Wir kriegen ja hier wie viel raus? 42. Die Antwort auf alles. Da könnte man, naja, knapp zwei Salinen könnte man damit betreiben. Mit, äh, der Sohle. Ne, Quatsch. Was erzähl ich denn? Moment. Wie viel kommt raus? 42. Ne, ne, ne. Ja, doch, doch. Zwei. Ja, doch, doch, doch. Stimmt alles. Hab ich ja alles richtig gesagt. Alles gut. Hab ich alles richtig gemacht. Alles ist okay. Spiel mir ja alles wird gut. Kann ich nicht bauen da? Wir gehen bauen wahrscheinlich. So. Und dann da noch eine. Wunder nice. Und die braucht jetzt nämlich auch keinen Strom. Da sparen wir uns erstmal ein bisschen Energie. Später dann, wenn das Volumen alles größer wird und so, da kann man dann die Stromsalinen, die, die aktiven, wie heißen die? Die anderen hier, die Siedelsalinen, genau. Die kann man dann später verwenden. Äh, da macht es dann Sinn. Momentan macht es noch nicht so wirklich Sinn, glaube ich. Das ist bei den kleinen Mengen, das ist erstmal, genau. So, dann wählen wir hier aus. Sohle. Hervorragend. Und da müssen wir natürlich noch eine Sache gewährleisten. Wenn zu viel Sohle reinkommt, äh, müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass der Übärschuss, dass der nicht hängen bleibt, wenn da zu viel ist. So, das heißt, wir brauchen hier wieder eine Übärschusslösung, genau. Müssen das dazwischen hängen. So, und müssen entsprechend dann ein Abwasserrohr noch machen, das ins Meer leitet den ganzen Spaß. So, können wir auch gleich schnell bauen, den Spaß. Da sagen wir, Sohle soll da bitte verkippen. Habe ich jetzt die Sohle abgewählt? Ich habe sie wieder abgewählt, ne? Ah, nee, ich habe sie ausgewählt. Alles gut, ich habe sie ausgewählt. Genau. So, also wir sagen, primär soll bitte die Sohle hier reingehen, weil die soll ja verarbeitet werden. Aber wenn irgendwie mal doch zu viel kommt, weil das Salz vielleicht auch hinten nicht schnell genug verbraucht wird, dann soll doch bitte die Sohle ins Meer geleitet werden. Und es ist ja nur Salzwasser, das sollte eigentlich auch keine Umweltverschmutzung auslösen. Sollte. Hier, genau. Dann macht das jetzt noch einen kleinen Pufferbehälter für Salz, ne Schwa? Hopfen und, nee, was wäre das? Brot und Salz, Gott erheilt, Hopfen und Malz, das war mal ein anderer Spruch, glaube ich. Genau, hier, so. Und dann Salz da rein. Und dann haben wir jetzt alle Komponenten fürs Mischglas. Der absolute Wahnsinn, wir sind so kurz davor, Glas herzustellen, ja? Ich muss ehrlich sagen, also beim Glas sieht man auch echt bei Captain of Industry, wie komplex das Ganze eigentlich ist, ja? So, jetzt haben wir ja das Mischglas erstmal, was da rauskommt. Hervorragend, nicht wahr? Es ist der absolute Gänsehaut-Irrsinn. So, das heißt, wir machen jetzt noch eine Schmelze in den Hochofen, weil wir müssen aus dem Mischglas, müssen wir ja dann auch richtiges Glas herstellen, nicht wahr? So, das heißt, wir können ja auch erstmal einen Mischglaspuffer vielleicht noch aufbauen, wobei eigentlich, ach, brauchen wir eigentlich nicht. Mischglaspuffer macht eigentlich keinen richtigen Sinn. Ist eigentlich nicht so sinnvoll, weil das wird ja eigentlich nicht transportiert in der Regel. Ne, dann machen wir einen Hochofen und machen hier gleich direkt auch einen schornigen Stein. Und dann machen wir hier eine Rinne, ne Schwa. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, hier rüber so. Genau,kennt mal so. Na, hier möchte ich dann doch noch die Kohle reinmachen. So, jetzt müssen wir mal gucken, Kohle müssen wir uns von hier hinten holen jetzt. Da machen wir jetzt einfach mal ein längeres Fördernde Band. Warte, da müssen wir mal gucken, wo können wir das abzweigen? Hier können wir das abzweigen. Und dann machen wir das hier drunter durch Nicht wahr Na, ok, müssen wir ein bisschen tiefer gehen gleich Ja, oder gleich noch tiefer Ne, warte, gehen wir noch ein Stück zurück Ah, das ist immer so eine Sache hier Genau, jetzt, eh genau, so So, so, so Kommt man da noch durch drunter Ja, 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 geht alles, geht alles Ja, ja, geht alles, ist super, ist geil Affengeil ist das Guckt euch das an, wie affengeil das ist So, Moment, wo ist das Ding? Da ist das Ding, da müssen wir rein, hervorragend Ne, kannst du es noch hochnehmen? Alles ist schon hoch Haben wir irgendwie schon wieder einen Treibstoffmangel? Ne, sieht eigentlich gut aus, es kommt was rein anscheinend Ne, ist alles, alles okay Weißt du was, ich mach mal hier jetzt die Ölpumpen mal weg Oder zumindest die eine da, die in der Mitte, die mich da gerade so ein bisschen stört Die reißen wir mal jetzt ab Da kriegen wir auch ein paar Bauteile wieder zurück, nicht wahr Denn die stört hier gerade Das muss nicht unbedingt da rumstehen jetzt So, dann knallen wir das da rein Was ist mit die Kohlen, meine lieben Freunde? Das ist immer die wichtige Frage hier Hochofen hat kein Rezept ausgewählt Skandal Da machen wir mal ein Rezept Äh, das ist dieses hier, genau Dieses Rezept Wir können auch gleich das recycelte Glasrezept auch noch aktivieren Was soll der geil jetzt? So, da brauchen wir noch einen Schlag Den machen wir mal hier dahinter Und dann sagen wir da mal hier schon Schlacke und leer halten Genau, damit das ab und zu mal ausgeleert wird, nicht wahr Kleinen das da so rein Wunderschön Kleinlaster bemüht sich ein erreichbares Ziel zu finden Was? Der ist hier eingesperrt Ah ja, warte ganz kurz Ja, das habe ich vielleicht jetzt ein bisschen zu tief hier gebaut Warte mal Sie müssen das ein bisschen höher machen Sonst kommen die da nicht mehr durch War ich wohl ein bisschen zu niedrig Habe ich das wohl angesetzt jetzt Jetzt müssen wir wohl noch mindestens ein Ding hoch Und dann hier so unten drunter Dann müsste es eigentlich wieder gehen Dann müssten sie eigentlich wieder Das durchfahren können, nicht wahr So, und dann da rein Hervorragend Habe ich jetzt nicht bedacht So, jetzt hat Genau Jetzt haben wir die Schmelze am Start Kohle müsste dann auch gleich kommen Ich könnte hier noch einen Pufferbehälter für die Kohle aufstellen Ah stimmt, wir müssen ja hier auch aufpassen Die müssen Ha, 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 Spielware Du bist wieder richtig lustig Du verkierst gerade die Lieferstrecken fürs Fürs, äh Mischglas Moment Dann müssen wir mal einen Shitgutaufzug machen Hier, warte Erstmal F drücken Ne, Quatsch Invertieren müssen wir es nicht Ist schon richtig ausgerichtet Genau, hier zweimal E drücken Und dann läuft das So, und dann schiebst du das mal da rein Ja, mach das mal so Es ist zwar gerade ein bisschen Schlangenlinien Wichtig ist erstmal Dass das verdammte Glas endlich produziert wird Damit wir dann die Stufe 2 Bauteile machen können So, Moment Wo war das jetzt hier? Genau, hier Glashütte Genau, die müssen wir jetzt am Start bringen Aber wie viel kommt da raus nochmal? Da kommt 24 raus Und wir verbrauchen 24 Also können wir uns zwei Glashütten leisten eigentlich Das machen wir auch Die stellen wir jetzt einfach mal hier so dazwischen Ja, mit so ein bisschen so einem Abstand Weil dann können wir nämlich dann die Schlacke da direkt über ein Band noch rausfädeln Warte, jetzt brauchen wir die Schmelzrinne noch Wunder, nice Dann kommt das Schmelzmaterial raus Die Dinger können wir auch schon mal schnell bauen So, genau Wie viele Stufe 3 Teile haben wir noch? 207, das passt doch So, dann mach hier mal die Schlacke Den Exit Genau, das kann nämlich alles dann hier rein eigentlich Hä, sag jetzt nicht Da ist jetzt eine Unebenheit da vorne Ja, da scheint irgendwie eine Unebenheit Ja gut, warte mal Dann mach es so Mach es einfach mal nach links Ich glaube, dann passt das auch so Genau So, jetzt nochmal Schlackeband nochmal Mach das nochmal ein bisschen nach hinten Hervorragend Manchmal ist es ein bisschen in den Gefrickel Aber ich habe es hin gekriegt Alles gut Alles gut Wichtig ist nur, dass Glas produziert wird Alles andere ist unwichtig Genau So, jetzt haben wir hier ja auch die Brücke direkt Da mache ich jetzt den Lagerbehälter Fürs Glas Den mache ich jetzt erstmal hier hin Genau Weil dann können wir hier das Band reinziehen Und dann ist das nämlich erledigt Der absolute Wahnsinn Der absolute Irrsinn Glas wollen wir einlagern Hervorragend Das muss ja auch eingelagert werden So, dann haben wir jetzt einen schönen großen Glas-Output Und das Glas, meine lieben Freunde Soll ja verarbeitet werden Zu Stufe 2 Fahrzeugteilen Haben wir irgendwelche Engpässe Wir haben Kohle als Engpassgrad Woran liegt das? Weil wahrscheinlich hier gerade nicht genug Kohle gebaggert wird Das ist schlecht Aber die müssten sich eigentlich da gleich ein bisschen tiefer noch reingraben Dann sollte das eigentlich wieder am Start sein Wir müssen halt nur aufpassen, dass nicht die Kohle jetzt leer geht hier Wie sieht es mit dem Holz aus? Es wird ja gerade für den Strom Die Holzbriketts werden ja da benutzt Also hier diese kleinen, wie heißt es? Hackschnitzel, genau Das heißt, da sparen wir uns ja eigentlich Kohle Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht Und dann müssen wir mal gucken Wo sind wir jetzt hier gerade mit den Fahrzeugteilen? Hier sind die Fahrzeugteile, genau So, dann machen wir jetzt hier mal einen Liefer Ein Lieferpunkt sozusagen, ja Den stellen wir jetzt einfach hier neben das Papier Würde ich sagen Und dann machen wir mal hier gleich Glas Schnelle Lieferung kann ich nicht machen Weil wir gerade nicht genügend Stufe 2 Teile haben Da muss ich mal kurz pausieren hier Damit keine Stufe 3 Teile jetzt produziert werden Sonst können wir nämlich die Verarbeitung nicht bauen Brauchen wir da eine Stufe 3 Verarbeitung für die Fahrzeugteile Stufe 2 Ja, sieht ganz so aus Ja, 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 ja Brauchen wir Okay, brauchen wir Gut, die können wir ja schon mal aufstellen Die kann ja schon mal anfangen Die können wir ja hier drunter packen direkt Weil tendenziell werden wir jetzt ja keine Stufe 1 Teile mehr so wirklich brauchen Sondern eigentlich ja nur noch Stufe 2 Teile So, das können wir ja beides auch schon herstellen Also bauen lassen, genau Guck mal Und da werden sie produziert dann Stahl wird noch gebraucht Stahl ist passenderweise direkt oben drüber Mensch, wer hätte das gedacht? Der Wahnsinn Man muss auch mal Das richtig geplant haben Ja Das ist richtig geil Ich meine, natürlich habe ich das geplant, ja Selbstverfreilich habe ich das geplant Aber, warte mal Ich muss das doch ein bisschen anders mal machen Warte, wir machen das mal Moment, gib mir mal das flache Ding Genau, mach das mal Invertier das mal Und jetzt setz das mal da hin Und dann zieh das mal nach oben So Und jetzt machst du da Das Band da rein Und das machst du da oben rein Hervorragend Weil dann haben wir nämlich das ganz schnell angeschlossen Und ich habe keine Teile zum schnell bauen Ah Okay, warte 11 Da müssten gleich wieder welche im Lager sein eigentlich Und dann kann ich es auch schnell bauen Holzvollernte hat keine Bäume zu mehr Ah, das ist schlecht, warte Das ist schlecht Das sind alles so Kleinigkeiten Die sich immer dann Alarmmäßig dann so reinschummeln hier Mal ganz schnell mal hier Bäume auswählen Die geschreddert werden sollen Ähm, ne, so Moment Wo war ich stehen geblieben? Weil ohne Holz kriegen wir hier nämlich auch keine Bauteile mehr Das wäre schlecht Genau, ich wollte den Wo war er jetzt? Der Lift hier Mal schnell bauen Damit er schon mal anlaufen kann Würde ich sagen So genau Und das Glas Das holen wir dann von hier drüben Das kann dann da reingefrickelt werden Und das ist es erstmal Weil die Teile werden ja dann von der Produktionsanlage hier rüber in die Werkstatt transportiert Und das ist ja quasi direkt nebenan Also passt das eigentlich Ja, ich glaube wir müssen die Werkstatt auch nochmal verbessern Ja, verdammt Wir müssen die Werkstatt auch nochmal verbessern Das habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt Weil sonst können wir die großen Fahrzeuge ja gar nicht bauen Aber hey, wir haben schon mal den Löwenanteil Das Schwierigste haben wir jetzt schon mal gemacht Wir haben diese verdammte Produktion der Stufe 2 Teile Bauteile, also Fahrzeugteile schon mal an den Start gebracht Und die Entsalzung auch Und die Entsalzung läuft tatsächlich jetzt auch durch Das sieht sehr gut aus Das sieht ganz ausgezeichnet aus Sohle wird produziert Wenn zu viel Sohle kommt, dann geht sie hier rüber Genau Wasser kommt dadurch auch mehr zustande jetzt Das heißt, wir müssten unseren Wasserengpass jetzt eigentlich überstanden haben Weil am Ende des Tages Genau, nee, hier ist vollgelaufen Nee, dann müsste eigentlich das passen Und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit Bis das hier dann vollläuft Es scheint gerade Wahrscheinlich noch so ein bisschen zu wenig Regen zu haben Gerade wenn das dann regnet, müsste das passen Müssen wir mal schauen Was wir jetzt natürlich hier so ein bisschen abgeschnitten haben dadurch Ist diese Wasserproduktion hier Weil die wird nämlich eigentlich auch hier an der Stelle bevorzugt Gegenüber den Pumpen Gegenüber der Grundwasserquelle Aber wenn jetzt natürlich hier nochmal eine Präferenz für das Salzwasser am Start ist Also wenn hier immer das Salzwasser bevorzugte Also das entsalzte Meerwasser so rum Dann wird natürlich das Regenwasser hier auch nicht proprietär verwendet Aber gut, das Regenwasser wird nach hinten gestaut Also von daher, wenn dann mal die Pumpe ausfällt Dann springt das Regenwasser dann halt wieder ein Also insofern ist das eigentlich ganz gut gelöst Wir haben schon Teile produziert Nice So jetzt müssen wir die Stufe 2 Bauteile mal sparen Bis wir 100 haben Damit wir hier mal das Upgrade machen können Haben wir eigentlich jetzt schon das fortschrittlichere Schiff Ist die Brücke schon? Die Brücke ist aktualisiert Geil Ah, wie ich das parallel hingekriegt hab Der absolute Brain Win Genau Ah, wieso kann ich das nicht? Aber nicht genügend Besatzung Was? Wie viel Besatzung brauchen wir denn? 45 Okay, das sind aber ganz schön viele Da bleiben wir ja nur noch 23 Arbeiter übrig Jetzt können wir erkunden Na gut, dann fahrt mal da hin Unglaublich Kann man theoretisch unter die Anlagenplatten verlegen? Die Anlagen haben schon Platten unter sich Wenn sie gebaut werden Das sieht man zum Beispiel sehr schön An dem Fahrzeugding Wenn man das zum ersten Mal platziert Dann ist vorne zum Beispiel der Bereich Mit genau diesen Platten ausgekleidet Die ich hier selber platziert habe Also die sind immer schon drunter Hier bei der Anlage sieht man es auch Diese Platten hier habe ich nicht platziert Die sind von alleine schon unter der Anlage gewesen Und deswegen habe ich mich auch beim Bauen Für diese Platten entschieden Als ich die ausgelegt habe Weil die halt genauso aussehen Wie die Platten, die schon unter den Gebäuden sind Ja, das passt sich am besten an den Rest an Und ja, und die sind natürlich auch Durch den Beton sind die auch relativ günstig eigentlich Das ist halt Material Was man irgendwie immer recht schnell bekommt Oder halt gegen Holz eintauschen kann Also kriegt man ja immer für Holz Beton kann man auch da über den Weg bekommen Insofern passt das eigentlich Das mit den Platten ergibt Sinn Ja, das ist schon wirklich sinnvoll eigentlich Und ja, mal gucken So, wie sieht es aus mit unseren Bauteilen? 31 haben wir schon, immerhin Kann ich jetzt in der Zeit mal noch irgendwie Was anderes an den Start noch tingeltangeln? Ich weiß es gar nicht Ah, guck mal, unsere Kartoffeln sind vorher Ah, wir können mal Ne, können wir nicht Ich wollte gerade sagen Wir können mal einen weiteren Gasbehälter bauen Aber da brauchen wir ja wieder Stufe 2 Teile Ah, man braucht immer Stufe 2 Teile So lustig Wie sieht es denn mit der Kohle aus? Oh, die Kohle geht runter Die Kohle geht runter Meine lieben Freunde Die Kohle geht runter Vielleicht sollte ich doch lieber mal hier die Abbauzone in der Ecke wegmachen Und die lieber hier hinten baggern lassen Wo ein bisschen mehr Am Start ist Aber machen wir das mal bis hierhin mal weg Die sollen sich mal jetzt auf den Punkt hier drüben konzentrieren Damit mal ein bisschen mehr Kohle zusammenkommt jetzt Weil sonst geht die Kohle wirklich Hier, hier fängt es nämlich schon an leer zu laufen Und das ist nicht gesund Definitiv nicht Ich glaube, das Schiff hat was entdeckt Muss mal ganz kurz hier mal diese ganzen Meldungen mal ausmachen Die sich über die Zeit schon wieder angesammelt haben Aber da könnt ihr mal so ein bisschen sehen Was alles schon zusammengekommen ist Wir haben Beute gefunden Fahrzeugteile Yay, nice Die wir ja jetzt nicht mehr brauchen eigentlich Aber egal Oh, da wäre eine Schatzkiste gewesen Warte mal Oh, ein Feind mit einer Kampfbewertung von 100 Da weiß ich gar nicht, ob unser Schiff schon so weit ist Unser Schiff hat eine Oh, 210 Oh, nee, es würde sogar funktionieren Könnte man sogar machen tatsächlich Nicht schlecht, nicht schlecht So, jetzt sehen wir aber leider auch, dass der Stahl runter geht Da wird natürlich jetzt schneller verbraucht, ne Äh, da muss man natürlich da jetzt auch aufpassen Dass da immer auch genug nachkommt, natürlich Das ist ganz wichtig Unsere LKW sind auch extrem ausgelastet jetzt Ping, ping Verträge, was? Achso Haben wir jetzt die Möglichkeit Frachtdepots Ah ja, genau Wir haben jetzt die Möglichkeit Verträge zu absolvieren Um bestimmte Güter einzutauschen Gegen andere Güter So, dann würde ich sagen Machen wir da mal eine kleine Schlacht, oder? Gucken wir mal Was da so Besonderes ist da hinten Und dann, meine lieben Freunde Schauen wir mal, hier sieht alles gut aus Erstmal Hm, wie sieht's aus mit den Bauteilen 59 immerhin schon Ich mach mal eine Beschleunigung mit Unity Damit das ein bisschen schneller geht jetzt Damit wir mal 12 Einheiten produzieren Und nicht 9 oder was das vorher war Dann geht das ein bisschen schneller Verbraucht natürlich dann auch die Rohstoffe ein bisschen schneller Aber gut, so ist es eben Müssen wir halt jetzt mal durch Bärchen, denkt dran Keine Gefangenen Ja, mal gucken, ne? Ich hoffe, die Feinde denken auch dran Dass sie mich nicht gefangen nehmen sollen Haha Oh mein Gott Es ist ein einziges Drama wahrscheinlich Aber ich mein Die sind eigentlich nur halb so stark Also von daher kann's eigentlich nicht schief gehen normalerweise Und wir sind im Kampf Guck mal 2000 Leben hat unser Schiff schon Alter Schwede Ja, aber der teilt ganz gut aus Und da ist er platt Was haben wir bekommen Mais, jawohl Ah, das können wir gleich mal einreihen Das ist gut Das können wir gleich mal hier mit einreihen Mais anbauen Und dann führt es nämlich auch direkt zur Gärung Meine lieben Freunde Und die Gärung ist sehr wichtig Auch für die Medikamentenproduktion dann später Oder Biodiesel Deswegen kann man das durchaus mal machen So, genau Das sieht doch gut aus 119 Teile haben wir jetzt Dann machen wir jetzt mal hier die Verbesserung Ich kann sie leider nicht beschleunigen Das heißt Da müssen wir jetzt warten Bis die Fahrzeuge das auch noch reingeliefert haben Da das aber alles direkt nebeneinander ist Sollte das eigentlich alles ziemlich schnell gehen Hoffe ich Da sie aber auch gerade extrem ausgelastet sind Die Fahrzeuge Könnt's auch ein bisschen dauern Haben die eigentlich überhaupt noch die Möglichkeit Erde abzuladen? Warte mal Da muss ich mal grad gucken Müssten sie aber eigentlich haben Weil ich hab nämlich hier jetzt ja Erde aufgeschüttet primär Und die Aufschüttungszone ist anscheinend schon erledigt Ja, die ist schon erledigt, okay Da müssen wir dann ein bisschen drauf achten Dass wir dann auch eine Erdaufschüttungszone uns wieder auswählen Auf jeden Fall Idealerweise sind dann eigentlich ja hier so In dem Dreh Weil da möchte ich Erde aufschütten So, dann schauen wir mal Schüttgutlager hat eine hohe Versorgung von Schwefel Ah, okay Ja, 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 ja Das ist jetzt wieder so der Punkt Wo wir wieder aufpassen müssen Damit wir hier nicht zu viel Ah, okay Die Säure staut sich grad Kommt's grad aktuell nicht so richtig voran Alles klar Na gut Dann müssen wir da wohl nochmal ein Backup-Lager für Schwefel mal noch machen Warte Machen wir das mal einfach hier so Auf die andere Seite Und noten das mal hier so drüber jetzt Ist ja nur vorübergehend Der Schwefel wird dann eh irgendwann gebraucht auch Ich glaub für Dünger auch Wird ja dann ja gebraucht Wenn mich nicht alles zäutscht Für den Chemiedünger Genau Und da wird das jetzt erstmal gepuffert Wegschmeißen sollten wir ihn glaube ich nicht Schiff sollten wir mal reparieren auf jeden Fall So, ist das Ding jetzt hier fertig? Ja, es wird durchgeführt Sehr gut Nice Und damit haben wir es tatsächlich geschafft Die Tingle-Tangle-Tour Ist erledigt Wir können jetzt Stufe 2 Fahrzeuge machen Nice Hervorragend Guck mal, da können wir gleich direkt mal einen LKW machen Und dann mal einen normalen LKW ersetzen Würde ich sagen Da erhöhen wir gleich die Kapazität Die Transportkapazität nicht wahr Die Bauteile müssen wir jetzt nicht mehr beschleunigen Das soll erstmal reichen jetzt Genau Soll erstmal wieder auf natürlichem Weg sich aufstauen Ja und bei der Kohle vielleicht auch gleich mal einen großen Bagger dann installieren Dass wir das jetzt auch geschafft haben Weil es ist immer so ein ganz wichtiger Schritt in Captain of Industry Wenn du es geschafft hast die großen Fahrzeuge an den Start zu bringen Dann hast du eigentlich schon das Wichtigste geschafft Äh, was die Erhöhung der Produktivität angeht Weil wenn du einfach mit weniger Aufwand mehr transportieren kannst Die können ja dreimal so viel transportieren wie ein normales kleines Fahrzeug Dann ist das halt schon einfach ein großer Hebel Ja, das ist einfach der Wahnsinn Die Baumpflanzer kann man nicht ersetzen glaube ich Da gibt es Ja, wobei ich bin nicht zweitig Ich glaube es gibt Beim Baumpflanzer gibt es keine Alternative Aber beim Baumernter gibt es glaube ich noch einen größeren Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein Die an dieser Stelle verlinkt sind Oder abonniert gerne meinen Kanal Und aktiviert die Benachrichtigungen Damit ihr immer mitbekommt Wenn es neue Videos gibt Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär Mit AE Spiele kaufen Für euch wird es dann nicht teurer Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil Am Kaufpreis Und es wäre sehr nett Wenn ihr das tun würdet Und an der Stelle bedanke ich mich auch Wenn ihr das schon gemacht habt Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen Und sage bis zum nächsten Video Bis dann, ciao, ciao